Hallo an alle, Judah hier vom Pflegekanal. Willkommen zu einem neuen Video. Also heute will ich mich mit den rheumatischen Erkrankungen befassen. Dieses Video wird präsentiert von hygienebeauftragter-online.de, der Online-Akademie, wo ihr ganz flexibel eine Ausbildung zum Hygienebeauftragten machen könnt. Auf der Seite www.hygienebeauftragter-online.de findet ihr nützliche Tipps zum Thema Hygiene und könnt euren nächsten Karriere-Schritt als Hygienebeauftragter planen. Mit dem Code Pflegekanal50 bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure Ausbildung. Nun, was ist Rheuma? Als Rheuma werden Schmerzzustände am Bewegungsapparat und am Stützapparat bezeichnet. Es handelt sich hier um einen Überbegriff für eine Vielzahl verschiedener rheumatischer Erkrankungen mit mehr als 100 Krankheitsbildern. Auch innere Organe können betroffen sein. Also es handelt sich hier nicht nur um die Gelenke und um die Muskeln, sondern auch um die inneren Organe und gemeinsam bei allen Erkrankungen ist der Schmerz und die Funktionseinschränkungen, die dabei entstehen. Wie wird Rheuma eingeteilt? Sie wird eingeteilt nach Art und Lokalisation. Als allererstes hätten wir die entzündlich-rheumatischen Gelenkerkrankungen, die durch eine Autoimmunerkrankung entstehen, wie zum Beispiel die chronische Polyarthritis. Dann haben wir degenerative rheumatische Gelenkerkrankungen, die verschleißbedingt sind, wie zum Beispiel eine Arthrose. Und dann haben wir noch den Weichteilrheumatismus an Sehnen, Bändern, Schleimbeuteln und Muskeln, wie zum Beispiel die Fibromyalgie. Nur zur Begriffserklärung, was ist eine Autoimmunerkrankung? Bedeutet, dass das Immunsystem des Organismus Antikörper produziert, die das eigene Gewebe angreifen? Das führt zu Entzündungen und zur Zerstörung des Gewebes. Wie ist der Verlauf von rheumatischen Erkrankungen? Also er ist meistens chronisch progredierend, das heißt fortschreitend und in der Regel nicht heilbar. Rheuma ist keine altersbedingte Krankheit. Also sie kommt auch bei jungen Menschen vor. Letzter Zeit hat man auch sogar bei Kindern Rheuma diagnostiziert. Wie verläuft die Therapie? Also die Therapie, quasi das Ziel einer Therapie bei Rheuma ist die Schmerzlinderung und der Erhalt der Gelenkfunktion. Es handelt sich dabei um eine symptomatische Therapie, die angewendet wird. Sie beinhaltet meistens medikamentöse Therapie, also Schmerzmittel, entzündungshemmende Mittel, dann Ruhigstellung der betroffenen Gelenke, physikalische und krankengymnastische Maßnahmen, orthetische Maßnahmen wie zum Beispiel Schuheinlagen, eventuelle OPs, zum Beispiel ein Gelenkaustausch. Man denkt immer dabei an den Hüftaustausch, den wir sehr oft sehen im hohen Alter. Meistens handelt es sich um verschiedene Maßnahmen, die kombiniert werden, um das Ziel zu erreichen. Sehr wichtig dabei ist auch dem Patienten beizubringen, wie er mit der Krankheit leben soll, wie er damit umgehen kann und sollte, damit er sich das Leben erleichtert. Und letztendlich haben wir noch die unterstützenden Hilfsmittel, die man nicht vergessen darf bei rheumatischen Erkrankungen. Nun, das ist der erste Teil zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video wird nutzbar für euch sein. Wenn das der Fall ist, Like-Button drücken, so unterstützt ihr meinen Kanal. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr persönlich für Erfahrungen gesammelt habt mit dieser Krankheit, also in der Pflege meine ich. Und letztendlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal auf dem Pflegekanal. Namaste. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.